Hey Leute, ich bin Smackpaparek. Ihr wollt ein Band oder ein Seil an einem Karabinerhaken befestigen, dann findet ihr vor allem der sogenannte Schlaufenknoten oder auch Chirurgenknoten genannt, Anwendung. Ich zeige euch, wie ihr diesen Knoten bzw. binden könnt. So, wir legen die Schnur erstmal so hin. Dann gehen wir hier einmal so rüber. Und jetzt gehen wir hier mindestens einmal von unten durch. Wir können aber auch zwei bis dreimal durchgehen. Ich mache es jetzt mal zweimal. Umso sicherer wird dann eben der Schlaufen- oder Chirurgenknoten. Hier haben wir ihn. Wir können den jetzt hier noch so ein bisschen justieren. Und ja, fertig ist er. Und jetzt habe ich hier meinen festen Schlaufenknoten. Und kann den eben mit einem Karabiner hier ganz einfach verbinden und habe meine Verbindung. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Macpaparek. Bis dann, euer Macpaparek. Bis dann, euer Macpaparek.